Herr Willer, Herr Dietrich, vielen Dank für den spannenden Vortrag, den Sie hier gehalten haben. Herausforderungen und Perspektiven ist so das Thema vom heutigen ECC-Forum. Wollen Sie vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was war Ihre Herausforderung bei dem Relaunch oder bei dem Ziel, was Sie vor Augen hatten mit Ihrem Shop by App Ansturz? Das ist nicht ganz leicht, in zwei Worte zu fassen. Die Schwierigkeit liegt sicherlich zum einen in der großen, großen Komplexität der Produkte. Wir haben eine unglaubliche Bandbreite. Das, was wir in den Mittelpunkt stellen, ist natürlich die Einfachheit, die sich daraus ergibt. Das aber auch an verschiedene Empfänger zu adressieren. Zum einen natürlich an den klassischen Konsumenten, an den Verbraucher, der die Sicherheit haben soll. Bei App Ansturz finde ich immer das Richtige. Gleiches gilt letztendlich aber auch genauso für den Fachhändler wie auch den Interieurdesigner, den Projektplaner, die wir versuchen wollen, mit dieser Webseite abzuholen. Und eine einfache Orientierung und eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Verschiedene Zielgruppen, verschiedene Interessengruppen, die Sie auf dieser Website, auf diesem Online-Shop abholen wollen. Sowohl B2B als auch B2C und das mit einem riesen Produktspektrum. Wie machen Sie das? Wie lösen Sie das ganz konkret? Wie holen Sie dann den B2C-Kunden vielleicht anders ab als den B2B-Kunden? Wir haben natürlich durch das Hybris die Möglichkeit, den Kunden zu erkennen und auch den Konsumenten von unserem Fachhandelskunden zu unterscheiden. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, individueller anzusprechen. Zu den technischen Details ist aber sicherlich der Markus Dietrich der Bessere, der da mehr ins Detail gehen kann. Also zum einen, wenn ich im B2B-Bereich unterwegs bin, dann kenne ich meine Kunden ja sehr, sehr gut. Also das heißt, ich arbeite in der Regel über ein Login und dann weiß ich auch, was ist das für ein Kunde. Wir können uns die kompletten Datenstränge ziehen und wir wissen, der Kunde hat folgenden Umsatz gemacht oder ist in folgenden Branchen tätig und hat folgende Preise. Und dementsprechend können wir die Webseite komplett personalisieren. Schnellbestellungen auslösen etc. pp. Also wir haben eine Plattform, aber auf Basis vom Verhalten, aber auch, wenn ich eingeloggt bin, natürlich kann ich die Plattform entsprechend ändern vom Aussehen und auch von den Informationen, die dargestellt werden. Und was sind da die Unterschiede? Was bieten Sie jetzt dem B2B-Kunden? Das ist dann der Raumausstatter im Wesentlichen, wie Sie ja sagten wahrscheinlich. Was ist da anders als dem Endkunden, dem Anwender, dem Verbraucher? Wir sind natürlich in der Abwicklung, sind ganz andere Schwerpunkte gelegt. Der Fachhändler, der auf unsere Webseite kommt, der möchte im Prinzip Dinge sehen. Wie ist der Auftragsstatus meiner letzten Bestellung? Wann ist das Paket rausgegangen? Ich möchte es tracken, möchte es nachvollziehen. Das sind einfach klare geschäftliche Prozesse. Der Konsument, der zu uns kommt, den möchten wir natürlich ganz anders ansprechen. Den möchten wir eigentlich inspirieren. Wir möchten einen Bedarf wecken. Wir möchten über Wohnbilder, Atmosphäre und auch ganz wichtig, Emotionen erzeugen. Das hat Ihnen ja gezeigt, dass der Kunde auf Ihrem Shop, auf Ihrer Website auch sich die Produkte tatsächlich konfigurieren kann. Wir haben ja sehr viele individuelle Produkte schlussendlich, die er sich dann zusammen konfigurieren kann. Können Sie da auf den Prozess nochmal eingehen und wie Sie dann am Ende diesen Shift zum Händler tatsächlich hinkriegen? Die Kunst ist, das Richtige wegzulassen. Wir haben allein im Stoffbereich 3500 Artikel. In allen Farben sind das 30.000 SKUs. Da ist es wichtig, den Konsumenten nicht 30.000 SKUs anzubieten, sondern ihm eigentlich die Richtigen anzubieten, ihn über Inspiration an die richtigen Stellen zu führen. Und Kunst des Weglassens auch. Die Konfektionsmöglichkeiten sind unendlich. Es gibt 150 verschiedene Faltenbänder. Wir haben uns aber letztendlich aus unserer Erfahrung, aus unserer eigenen Erfahrung, aus der Erfahrung unserer Kunden einfach für fünf Bänder entschieden. Das sind die, die wir auch online anbieten, weil es die sind, die nachher 80, 90 Prozent des Umsatzes ausmachen. Also es ist eigentlich dieses breite Sortiment als Trichter. Und je tiefer man kommt, ist es, sich auf die relevanten Dinge zu fokussieren und die richtigen Dinge wegzulassen. Das ist aber auch ein Try-and-Error-Prozess. Okay, und wenn der Kunde sich dann schlussendlich ein Produkt konfiguriert hat, haben wir gesehen, kriegt er auch tatsächlich einen Preis angezeigt. Ist das dann der Preis, der tatsächlich auch für den Händler vorgegeben ist? Oder wie nah ist dieser Preis dann tatsächlich auch an den Preis, den der Kunde beim Fachhändler zahlen? Wir sind ja hier im mehrstufigen Handel, das heißt B2B2C. Und wir dürfen natürlich nicht unserem Fachhändler vorschreiben, zu welchen Preisen er letztendlich seine Produkte anbietet oder verkauft. Das heißt, auf der JAP-Seite arbeiten wir mit UVP-Preisen. Und diese UVP-Preise kann der Händler mit einem Aufschlag, mit einem Abschlag individuell kalkulieren. Das ist ganz wichtig, in solchen Konstrukten sicherzustellen, dass der selbstständige Unternehmer, der selbstständige Fachhändler die Preishoheit behält. Okay, aber Sie wollen dem Kunden schlussendlich trotzdem schon mal ein Preisgefühl geben, diese Information über den Preis, das ja in einem transparenten Internet einfach auch inzwischen dazugehört, trotzdem schon mal so einen Anhaltspunkt geben. Und dann schlussendlich hat aber der Händler die Entscheidung auch. Und der Kunde drückt sich dann da irgendwie einen Merkzettel aus? Oder wie wird dieser Medienbruch schlussendlich? Es ist direkt möglich, auch online abzuschließen. Also ich bekomme den UVP angezeigt und wähle dann im letzten Schritt den Händler. Und da kann ich natürlich als Endkunde frei entscheiden, wie möchte ich das Produkt kaufen, kann den Händler um die Ecke wählen und dann kommt nochmal der individuelle Händlerpreis, der angezeigt wird. Ich kann den Checkout aber komplett abschließen. Das heißt, ich kann die Konfiguration wirklich kaufen online. Und kaufe dann nicht bei Japanstutz, sondern Japanstutz ist der Marktplatz. Ich kaufe tatsächlich bei dem Händler und der Händler ist dann verantwortlich für den Checkout und bei ihm wird quasi auch die Rechnung generiert. Und bei diesem Online-Kauf dann der Händler nochmal die Möglichkeit, hier auf den Preis einzuschließen? Er kann vorher entsprechend seine Preise, Aufschläge, Abschläge etc. eingeben. Ja, absolut spannend. Also Sie haben da mit Sicherheit ein Stück weit als Hersteller dann für Ihren Kunden auch diesen wichtigen digitalen Kontaktpunkt wahrgenommen, was viele Ihrer Fachhändler, die ja zum Teil auch relativ klein sind wahrscheinlich, einfach nicht die Möglichkeit haben, hier diesen zentralen Online-Kontaktpunkt herzustellen. Und damit ist es halt spannend, spannend auch weiter zu beobachten. Perspektiven war der andere Punkt, der heute im Fokus steht. Was ist Ihre Perspektive? Wo geht die Reise weiterhin? Wir stehen am Anfang dieses Weges, wollen halt diesen Weg mit unseren Händlern gehen. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben jetzt einen Teil, ein Produkt rausgenommen aus der ganzen Bandbreite. Das ist der Vorhang. Die Bandbreite von JAB Anstötz in Verbindung mit dem Wohnen ist sehr groß. Das heißt, da stehen noch viele, viele Felder vor uns. Und der Kollege hatte eben schon so eine Präsentation. Ein Prozent des Weges ist gemacht. Das sehen wir bei uns nicht anders. Also weitere Bereiche werden kommen. Und es ist für uns aber auch ein ständiger Lernprozess, aus jedem Konsumentenkontakt wieder zu lernen und neue Dinge herauszuziehen. Also wir sind auch nach ständigen Veränderungen unterworfen. Also bleibt spannend. Wir werden das Ganze weiter verfolgen. Herr Willer, Herr Dietrich, vielen Dank und noch viel Spaß auf dem Forum heute. Gerne. Dankeschön. Danke.